Was? Das ist das erste Wasser, das ist ganz neu als Technik. Das erste Wasser, das brennt. Ja, Wahnsinn. Früher habe ich gedacht, das verwechst sich. Wenn du so fünf, sechs, siebenjährige Kinder hast, dann meint man, bisschen doof ist ja schön. Aber man meint dann, wenn die 16, 17 werden, dass das mit der Doofheit aufhört. Aber denen wird das schlimmer. Die meint, wir hätten brennbares Wasser. Die andere hat ein neues Spiel gefunden. Die braucht jetzt keinen Zauberwürfel mehr. Die hat was Neues. Nimm mit in dein Kinderzimmer. Kannst du heute Abend mit spielen kennen. Nimm mit.